Hey, hey, hey! Es ist mittlerweile viertel vor elf, Eiffel Academy sind schon auf dem Weg nach Wilhelmshaven auf der Autobahn. Ich bin mittlerweile seit vier Stunden auf den Beinen und wir sind heute so früh losgefahren, weil wir gleich ein Interview haben bei Radio Jade. Dazu später mehr. Bon Jovi mit The Lost Highway um 14.49 Minuten hier bei Radio Jade, ihrem Jade Echo. Musikalisch gesehen ist zum Wochenende wieder einiges los in unserer Region. Unter anderem wird es heute Abend im Klinklang Wilhelmshaven ziemlich laut werden. Dort hat sich nämlich Alpha Academy angemeldet. Ganz aus Göttingen kommen die Alternative Rocker, The City is Burning, ist der Name ihres ersten Albums. Und jetzt legen die vier Musiker nach mit ihrer neuen Single Rolls. Musikalisch 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 Das war's. 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 Das war's.